Hallo ihr Freunde, Willkommen zurück zu einer Art und Folge von Serious Sam Hardee, The First Encounter, wieder mit dabei, der King's Play. Seid gegrüßt ihr Lieben. Und wir suchen uns den Arsch. Ja, wo lang? Rektor? Wer links? Ich würde mal hier hochschauen. Ja, ja, ich komme. Ich lebe hier am meisten ein. Das sind noch kleine Fröschchen gewesen. Oh, hier ist was. Cool. Was auch immer das war? Analysieren, Analysieren. Die wir dann lesen könnten, theoretisch. Aber wir wollen ja alles lesen. Wir nehmen alles mit, was geht. So, hier ist nichts mehr. Kein Secret. WD. Keine Secrets. Wuh? What? Hier vor. Hier vor. Macht meinerseits Spaß. Also ich gehe auch gerne in allen anderen Spielen. Einfach mal vor. Um Ecke rechts hinsteht einer. Moment. Alter, schießt den Rücken frei hier. So. Nein, das ist schön dunkel. Maustaste zwei zu analysieren. Ähm, ja, keine Ahnung. Analysieren, ja. Kammer des Horus. Finde den Mechanismus. Ja, ja. Nun gut. Dann gehen wir mal in die Dunkelheit rein. Da freue ich mich jetzt schon. Ah. Lass deine dreckigen Pfoten von dir, Alter. Die Dunkelheit. Du hast die Wand der Dunkelheit durchschritten. Glückwunsch. Holy shit. Ähm. Hast du den Button schon? Du sollst den Button drücken, Mensch. Sorry, habe ich ihn nicht gesehen. Ach, Mann. Hier ist das Herz. Ich würde sagen, wir laufen mal durch, oder? Sonst kommen die hier rein. Ja, ja. Wir gehen mal Gas. Dunkelheit. Äh. Ich komme nicht durch. Du? Ne. Ne, auch nicht. Okay, dann müssen wir warten. Das heißt... Ähm. Wir müssen warten. Warten? Wirklich warten? Ja. Oh. Das ist mir nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Ist aber geil. Dass die aus dem Dunkeln einfach mal rausgepratzt kommen. Wenn du das geil findest, äh, sehe ich nicht so. Jetzt kann man aber durchlaufen, glaube ich. Genau. Hi. Dahin jetzt, Mensch. Jetzt bleiben wir einfach mal an der Tür stehen, bis sie wieder zugeht. Willst du es zerquetschen lassen? Aber nur für die Quote. Alter. Ja. So. Da ist das Herz. Hier rein. Ne, doch nicht. Irgendwie kommt man da rein. Egal. Ich komme erst mal hier in die Muni. Mach den mal weg hier. So. So. Irgendwie könnte man da rein. Ja, hier vorne einfach rein. Oh, scheiße. Äh. What? Ja, viel Spaß da drin. Ich bin da mal weg. Taus da rein. Erst mal zu Penny. Viel zu langweilig hier drin. Ja, taust du auch nicht mehr raus. Naja, natürlich. Lass die Munzer weggehen und dann... Siehst du eigentlich das Herz noch oder ist es ganz weg auch bei dir? Achso, ja. Das ist alles da. Hält er dir. Over. Na. Da kommen noch mehr. Ich kann natürlich noch mehr Hundis. Da sind sie ja. Ja, es macht sich auf dem engen Bereich sehr gut. Ja, das glaube ich dir. Und lädt dazu förmlich ein. So, dann bin ich auch wieder. Mein Herz. Mein Herz. Verlierst gleich schon wieder. Na, super. Kann man hier schön ist dann. Oh. Huch. Was denn? So. Okay, das ist über uns, glaube ich. Ne, wo ist denn das? Ähm. Ich hinten. Ne, auch nicht. Ne. Überhaupt in dem Raum hier? Ne, war? Ne, ich würde sagen auch weiter. Also ich denke, hier gleich links vom Modus, glaube ich. Ähm, jup. Das hört wahrscheinlich hier zu. Ja. Dann hier nochmal rein. Hier, hier, hier. Genau. Haben wir, haben wir. Ah, unten. Also, meiner. Nein. Geh weg. Meinen Stein an. Ich habe einen Gold an und ich habe jetzt einen Stein an. Beide meiner. Die Frage ist, was bringen wir uns? Wenn wir gleich gleich, den musst du einsetzen? Ne, nein. Jetzt geht's. Okay. Wo bist du? Ich bin da. Bin da. Hä? Die Tür ist zu. Nein. So, jetzt. Oh, Maschinengewehr. So, auf geht's. Ah, noch mal. Wacht mal, glaube ich, doch die Angst. Aua. Ich bin hier abgeschossen. Ja, das ist genauso. Wie in der Normandie mit der Wache, wenn ich sowas ziehe hier immer. Ah, hinter dir. Hinter dir. Kack, Frösche, halt. Aua. Also, kannst du hier mit einem Schuss gehen, die sind einmal im Schuss tot. Kannst du mal zieren. Die laufen einfach selbst in den Lauf, finde ich hier. Wie viel Kugeln lassen noch? Äh, 129, 129, ja. Nope, ich habe 100 mehr. Dann wechsle ich mal eben so lange mit dir. Okay. Ah ja, rechts und links geht's lang, glaube ich, hier hinten. Oberrad. Läuft ganz gechillt. Bissener Hund. Und das war's gewesen mit dem Level, glaube ich. Nein, naja, nee. Doch. Einfach anklicken. Ah, nee, noch nicht ganz. Yay, auf geht's nach draußen. Was, Ende? Bei mir steht, äh, Ende? Ende? Nee, hä? Nee, nee, du musst, das ist die Analyse gewesen. Ach so, sorry. Oh, Muni, Muni, Muni. Fall mal runter, fall mal runter. Ich gebe dir gleich mal runterfallen hier. Ich habe doch gehört, du willst zuerst über die Holzbrücke rüber, oder? Ich meine, die sieht doch total stabil aus. Guck mal, geh mal rüber. Wir schieben dich mal rüber, komm. Okay. Sehr synchron. Wo sind wir jetzt hergekommen? Hier kommen wir überhaupt hoch? Äh. Ach so, jetzt ist er eine vom Level. Ich wollte gerade sagen. Zahl der Könige. Ja. Geheimnis, ja. 0 von 4. Ja, komm. 0 von 4? Was ist das jetzt? 0 von 6 steht bei mir. Ach nee, Oase. Das ist ja das, was wir jetzt hier gerade haben. Nee, ist okay. Ähm. Ja. Gehen wir gleich schon in Muni aufsagen hier wieder. So, und da geht's weiter mit der Oase. Ähm. Ich bin ausgesehen da hinten in die Höhle reingelaufen und hab was entdeckt, komm mal hier rein. Eine geheime Höhle mit einer Rüstung und einer Munitionskiste. Hier haben wir noch ein paar Raketen drin. Na, ich schneck dir mal alles gleich wieder weg. Jo. Hier ist noch mehr Munition. Hm. Was, glaube ich, hat die da unten? Schon wieder so viele Raketen? Na, das ist doch schon wieder. Na, ich kann die nicht mehr aufnehmen. Zu viele Raketen dabei. Gut, da hinten ist auch noch ganz viel Munition. Hier ist auch noch Munition. Da ist noch Rüstung. Ah, der Zeug ist ja bitteschön. Du bist da hinten auf der Seite. Oh gut, hier auf der Seite ist auch noch mal. Was haben wir hier? Äh, Kugeln. Wow, wow, da kommt sie schon, da kommt sie schon. Jupp. Ich komm zu dir. Na, muss nicht unbedingt kommen, aber... Ich glaube, bei dir sind auch irgendwo noch welche, denke ich mal. Also bisher sehe ich noch tatsächlich keinen auf der Ecke. Oh, fuck, der ist noch Riesiger. Ja. Den darfst du dich gerne kümmern. Jo. Getan. So, erstmal... Ach, den, what the fuck. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Scheiße. Ähm. Ja, äh. Dann kümmerst du dich schon um den. Ja, 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 so läuft bis da. Ist eigentlich schon ein Maschinengewehr? Ja, haben wir sogar schon. Äh, Moment. Alter, ich sehe gerade... Ja. Oh, what? Da, 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 da. Da, da hast du dein Leben gelassen. Ach, ist doch herrlich aus, dass man anders so um zu sehen. So. Aber ich finde hier Harpie, da ist ein Harpie. Geht wieder ab. Da oben kommen sie wieder. Aber wo ist eigentlich schon so Sniper? Die haben die gar nicht mehr, oder wie? Ähm, Moment, der hat man. Nein, nein, der hat man. Ist egal, wer ist es. Ja, 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 ja. Vergiss es, vergiss es. Da war man. Ich weiß von nix. Nee, nee. So, dann haben wir noch mal... Oh, ich habe auch ein bisschen wenig Leben. Oh, da kommen noch ein paar. Oh, nö. Warum du stirbst auch gleich? Ja, ich höre die Bombenmänner hier schon wieder. Naja, ich habe sie auch gehört. Ich habe gerade einen weggeschossen. Oder, da, zack. Du bist da hinten. Okay. Ah, da kommt noch einen angerannt. Zack. Dann auch noch mal, zack. Oh, das... So. Oh, ich kenne mal schon die Muni und Rüstung. Was, wo? Oh, das war's Oh, diese Kackhunde hier wieder Diese Skelette hier Und Bumpenmänner Oh, ne, doch, Mensch Bumpenmänner sind nicht so cool Hunde kommen hier bitte schön Ich wollte es gerade schreien Diese verkackten Hunde hier Batsch Batsch So Gut Ja, aber wir haben es überstanden Gott sei Dank Haben wir, ja, haben wir Haben wir, haben wir Ob hier noch irgendwas liegt Nö Safe Oh, geil What? Ein Minenwerfer, Granatwerfer Oh ja Drei Rüstungen Ist schon down Ist noch ein bisschen Oh, shit Nee, nehm mir hier Nehm mir auch eine andere Waffe hier Ja, schrot geweiß Am besten gegen die Biester Ja, von dichten Ich mach mal von weiten Sag, ist die auch Ja, die ist gar nicht mehr so verkehrt Du hast mich gerade geschubst Nein Das ist Mobbing Aua. Oh, scheiße. Ja, jetzt. Und bist du gestorben? Geil. Wirklich geil. Es ist gut, du mal. So. Aufs Necken. Zack. Hier ist doch... Hä? Ab hier? Oder war das da hier oben? Was? Wo? Ne, hab ich jedenfalls irgendwie schreien hören. Oh, da. Ja. Bam. So. Ja, beschließend muss man Maschinen, das ist kein Problem. Also ein riesen Roboter. Wir haben noch Zeit. Passiert gerade noch was? Geheimen Soundangriff gefunden. Du hast einen geheimen Soundangriff gefunden. Ach, das war das? Okay, jo. Keine Ahnung. Ja, anscheinend. Jo, dann gehen wir mal weiter, boah. Der ist ja fies zu uns. Jo. Däh. Hinter uns. Jo, komme. Oh, what the fuck. Ich einfach den Weg blockiert habe. Ja. Double shot. Du hast noch 19 Leben. Ich hab hier noch 27 Leben. Echt gut. Wir sind wieder mal... ...sehr genial dabei. Ja, ein tierisches Auge, glaube ich, langsam. Das macht irgendwann mal wieder ein Secret-Film. Boah, Alter. Oh. So ein Scheiß. Ich hab noch... Ich hab noch 7 Leben. Ach, da bist du... Ach, ich bin vor dir gespawrt. Alles klar. Ah, ein bisschen Leben bekommen noch. Nicht gestorben. Ah, hier. So. Ja, was los? Oh, Backpack. Cool. Ganz aus Timonien. Herr damit. Snell. Serious Pack. Serious? Seriously? Serious. Oh, und da ist der Busgegner. Oh, nein. Nicht schon wieder. Auf geht's mit den Granaten. Nee, nicht das, sondern das, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wurde in Fetzen gesprengt. Ja, das kann man sich natürlich auch machen, ne? Das halb ich ein bisschen, ne? Aua. Ich muss auch gleich. Oh, what? Ja. Wurde auch in Fetzen gesprengt. Das ist... Alter. Verkackten Frösche hier. Gib ihm! Alter, aber auch die Faxen. Jetzt hier. Nö, hier, komm. Wir haben ja schon downloaden. Wie, das sind nur... Was? Ja, nur die Gegner. Nur die Viecher. Wie öde. Öde? Äh, naja. Also, noch... Keime Höhle entdeckt. Das warst du hier, ne? Hier, die. Das warst du, glaube ich, eben. Am Vorbeirennen. Oh, Alter. Das war für eine gute Zeit. Aber vom Raketenabschießan. Das ist ein Maschinengewehr. Hier ist in der Mitte liegt was. Maschinengewehr, Muni und noch mehr. Bisschen Leben. Ich bin niemals leben, ja. Fimmel sterben! Du siehst auch nicht mehr besser aus. Lach nicht. Noch bin ich ein bisschen besser. Alter, diese Frösche. Die Musik dazu ist. Yay! Kugeln, kugeln. So, und dann sind wir wohl voll hier. We did it. So. Nichts passiert, sind wir hier reinkommen? Nee, eigentlich nicht, oder? Doch, glaub schon. Ja. Yeah! Oh, noch mehr. Nimm mir mehr. Kiss me! Oh, schon zu voll. Das verraten wir nicht in diesem... Oh, da hinten doch. Oh, doch. Diesmal nicht wegen mir. Oh, ja. Okay. Aua. Ja. Ach, dahinter ist ein Ohr. Frösche hier? Frösche? Ach so, Frösche. Da, 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 da. Dann geht's so komisch, aber jetzt alle auf dich. Ja. Kein einziges Punkt zu mir. Ich bin so ein Froschmagnet hier. Okay, ja, du hattest recht. Wir machen das erst in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Serious Sam The First Encounter. Bis dahin. Tschüss.